Ich könnte jemanden benutzen. Hallo da. Talk. Ah ok, du hast ihn. Ja. Hier, bei mir sind noch Leute. Oh, die Seiten haben gedeckelt. Fuck. Oh jeiße. Ich sollte nicht so hart reinbrechen. Ich stehe da ja. Nice. Die Sniper-Wipel. I'll stay up here and keep you covered. Go, Vincent! Fuck. Den anderen habe ich nicht. Ja, den kriege ich schon. Okay, den hast du. Die müssen alle gewesen sein vorerst. Ich komme mal rüber zu... Oh shit, da sind noch mehr. Mehr von ihnen? Leo, schau mich! Danke. Oh yeah. Gut, wir haben die. Oh. Oh, da sind noch mehr. Hier oben auch. Wo noch? Oh. Ja, alle die hier sind, aber das heißt nichts. Ja. Ich glaube, hier oben kommen wieder welche. Ach so, das bist du. Gut. Naja, das geht nach dem Loch. Du weißt das nicht. Okay, ich auch. Komm, Vincent. Hilf mich hier raus. Und, go. Ja, weil wir so einen fetten Bizeps funktionieren. Ja. Ha! Sie denken, eine geschlossene Brücke wird uns verhören. Was für ein Lachen. Ha. Nee, hier geht's nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Ich hab irgendwie ein gutes... ein ungutes Gefühl hier. Ja. Es ist so Savia Tablet mäßig. Ja. Hey, Leo. Wait, wait. Hier unten. Oh, 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 oh. Können wir das nicht Stealthy machen? Wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht, wenn du so weit nach vorne gehst. Ich hoffe, dass sie mich gut verhören. Als ob den das überliebt hat. Ich geh mal da rüber. Ich versuche, hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ja. Ich versuche, hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ja. Ich versuche, die meisten sehen nämlich nur dich. Ah. Gehen decken. Gehen decken. Ich flankier die jetzt. Oh, was? Nein, hab ich. Okay, den anderen hast du nicht. Das waren alle, glaub ich. Ja, ja. Alle, die hier sind auf jeden Fall. Oh. Oh, da oben sind mehr. Da oben ist noch einer. Komm. Tag. Hab es. Let's go through the gate. Hurry up. Okay. Oh, shit. Oh, fuck. Okay. See. Geht sehr hoch. Oh, geht sehr lang. Nee, da geht's nicht lang. Ey, ich glaub wir müssen hier lang. Das ist ja fast von einem Tor. Oh, da ist ein Fahrzeug. Vielleicht können wir da durchfahren. Nee. Hm? Ah, hier doch. Schieben. Ah, ich glaub wir... Okay. Das ist natürlich auch ne Möglichkeit. Ja, hätt ich auch nicht gedacht. Sehr gut. Renn. Oh. Lol, genau die zufälligerweise. Ja. Das sollte einfach sein. Ich bleib bei meiner Wahl. Okay. Ähm. Wie jetzt weiter? Äh. Keine Ahnung. Hier irgendwie hoch? Oh. Also ich seh nicht, dass wir... Oh. Ja. Das hat tatsächlich so funktioniert. Und... Er ist hier drin. Er ist hier drin, denk ich. Pff. Pff. 3, 2, 1. Okay, das ist er nicht. Wow. Ach ja. Mexikanische AK-47. Das bringt nichts. Ich hab hier sowas. Ich hab hier sowas. Du musst drauf schießen, okay? Okay. Holy moly. Super. Das war effektiv. Ich glaub es auch. Vielleicht ist er hier drin. Ja. Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Nee, ist nur seine Villa. Leo, get down! I'm on there! So. Ich geh lieber außen rum. Ja. Geht's dir gut? Ja, ja. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Da ist noch irgendwo immer... Oh je leid. Nee. Das war's mit dem. Ey. Okay. Das Spiel macht mich so ganz selbst drüber lustig. Ja. 3, 2, 1. FBI! Geil! Sie dreht sogar die Tür ein. Oh, der feine Boss. Oh nein. Du Scheiße. Cooler Villa kaputt. Glaub, die ist nicht so viel wert. Oh je, ich schlafe einfach mal weiter. Ja, ich auch. Woah, shit. Geh schnell weiter, weiter, weiter. Oh, kacke. Ich hab einen. Oh, fuck. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, nice. Oh. Alter, läuft der dem? Warum steh ich da neben dran? Kann nix machen. Oh, jetzt sind da weg. Kleine feige Haarschloch. Hm. Ich hab irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaub, der hat hier irgendwie einen Safe Raum. Pfff, ffff. Nicht mehr über das. Schieße es über. Da schießt er sich selbst oder was? Okay, macht er nicht. Er hat Stil. Weiß nicht, es ist ja deine. Komm, ich stehe da. Ja, es ist mein. Es ist mein. Entfernen. Oder bei dir nicht. Schcieckung rein! Có gonna sein, man? Ja! Ich rede. Ich vertraue dich, du bist du! Warum hast du das gemacht? Okay, okay. Look. Ich habe es immer noch. Das ist das, was du hier für. Die Diamante. Es ist alles dein. Es ist in der Ecke. Over da. Du kannst es. Move es. Okay. Ja, ja, ich sehe da sowas. So zwei Dinge. Ja. Feiltig. Shit. Lass ihn gehen. Ähm. Versuchen so ein bisschen. Stoßen. Das klingt ja gut. Boom. Idiot. Oh yeah. Okay, das war fucking awesome. Oh ja. Ich gebe ihm den Rest. Lass ihn mir hin. Ja, ja. Mach mal. Oho. Yo. Yo. Ein bisschen überdrehen. Ach, dafür war der Pool. Ach, dafür war der Pool. Ja, klar. Dann macht das Sinn. Ja. Das ist aber ein cooler Tod. Hinterher. Ich glaube, das nehmen die uns nicht, äh. Ich glaube, das nehmen die uns übel. Oh ja. Oh, scheiße. Oh ja, mit Motorrädern. Oh, das geht steilisch. Oh ja. Das ist so. 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 Leo, komm auf den Mic. Ja, fucking geil. Hey, du glaubst du das kommt mir an. Ich hab auch ein Klappinlitz. Dann ist Kupando. Ich hab auch ein Klappinlitz. Dann ist Kupando. Ich hab auch ein Klappinlitz. Ja. Ich hab auch ein Klappinlitz. Ich glaub wir müssen selbst fahren. Ich hab bei unserer Flucht irgendwie kein so gutes Gefühl. Ich werde voll angehittet von denen. Du auch? Moment, hab nicht recht. Ah, jetzt auch. Okay, gut. Ich mag die Steuern, ich mag die ganze Situation nicht. Kann man eigentlich außer dem A und, ne, A und S? Ne, S ist rückwärts. A und D. Sonst noch was steuern. Oh, scheiße. Du shit. Das ist voll ab. Ich versuch grad dem Auto ein bisschen wegzufahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin halt schneller. Ja, das ist halt... Ja. Das hat so ein Auto an sich, gegenüber einem Motorrad. Boah, die. Ich hab die Straßensperre überwunden. Ich bin direkt wieder hinter dir. Oh, 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 oh. Shirt. Ah, jetzt sind sie mit... Ok, zwar saufklappen, aber... Nee, ich bin hier bei so einem Sägewerk. Ah ja, ich auch. Ah, okay, hi. Ich bin, glaub ich, auf der anderen Seite. Ah ja. Hi. Scheiße. Du scheiße. Holy freaking hell. Super Ausdruck. Oh, nö, nicht noch mit Wasser. Ich kann doch so schon den Scheiß nicht steuern. Ah. Du musst direkt hier raus aus dem Wasser. Ja, auf dem Sand ist ein Unterkopf. Nö, nö, nö. Ausdruck. Ah, ich bin wieder hinter dir. Okay, gut. Lass dich einfach nicht treffen, okay? Das wär... Aber ich komm die ganze Zeit in den Schlamm rein. Oh, ich hab... Nö, 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 nö. Echt? Wow. Das hab ich noch gar nicht mitbekommen. Was? Da schießen Leute auf uns. Uff. Das fährt sich hier schlecht. Wie soll man dem ausweichen? Wie soll man dem ausweichen? Gar nicht? Ich weiß... Oh, shit. Ja, ich weiß es nicht. Ah. Solang du nicht abknippelst, ist alles gut. Ja, ich geb mein Bestes. Was das angeht. Äh. I don't feel so good, Mr. Stark. Ähm. Oh, kacke, ich bin ab. Da muss ich die anderen... Ja, aber du wirst nicht die ganze Zeit angehittet. Autsch. Wir sind jetzt viel zu nah bei mir. Oh, holy. Okay, ich bin sie los, ich bin sie los. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Was? Nein! Ich hab den falschen Knopf gedrückt, lol. Shit. Ah, es ist schwer. Oh, shit. Prinzipiell ging's. Bei mir auf jeden Fall. Wie seh's? Ich rette dich, weil du überhaupt nicht besagen. Renn. Renn. Bin da, bin da. Jetzt. Yo. Ich geb mein Bestes. Hä, wo? Oh. Äh. Wir sind ganz gut, wir sind ganz gut, wir sind ganz gut gerade. Oh. Oh, ich bin die. Ich bin der Pacific. Äh, hoffentlich kommen die nicht nur noch irgendwo. Oh, wow. Ist da jetzt nichts? Äh. Keine Ahnung, ich kann sowieso nicht sehen, wo du gerade hinfährst. Es wäre ganz gut, wenn du irgendwie halt jetzt stabil fahren würdest. Okay, hab den. Wir fahren jetzt. Aufs Flugzeug raus. So, mit. Voll. Ach stimmt, das Flugzeug. Ja. Da kommt der jetzt noch um. Oh, du schild. Ich hab das nicht gesehen gerade aus deiner Position. Ich renne. Ich wollt grad sagen. Ich renne rein. Ich, ich halt dir die Hand raus. Alles noch. Die Klausen machen wir erst. Huh. Huh. Wah. Ja. Holy moly. Fuck's up, ne? Shit. Das war knapp. Ja. Ja, das hast du durchaus recht. Ja, ich bin okay. Hey, Emily. Great flying. Sie sind verrückt. Vincent, du musst mich dreimal zahlen. Du hast es. Nein. Ich denke, ich werde das mit Carol schreiben. Ja. Das ist eine gute Idee. Hey, Emily. Das können wir raushauen. Hast du eine Hand und Papier? Warte jetzt. Warum nicht? Es ist eine lange Weg nach Hause. Hast du nichts besser zu tun? Nicht wirklich. Nein, Emily. Okay, dann halt nicht. Dann schlaf ich halt nicht. Nach der Aktion würde ich wahrscheinlich drei Tage im Bett bleiben. Einfach nichts mehr machen. Wie geht's? Wir sollen jetzt 10 Minuten nach unten. Okay. Wie geht's Leo? Wie geht's Leo? Ich schlau. Wird Zeit. Dann hat er den Zeit. Ja. Wie geht's Vincent? Ja. Wie geht's Vincent? Ja. Ja, ich bin gut. Leo. Was? Ja, wir sind noch? Ja. Ja, ich bin bei den Hausein. Ach so. Untertitelung des ZDF, 2020